Yo Leute, kurze Info am Rande. Mein Video wurde gerade eben gestrikt von PKTV wegen Cyberbullying oder irgend sowas. Auf jeden Fall kann ich euch mal ganz kurz zeigen, um was es jetzt nicht hier so richtig handelt und was es für Konsequenzen hat. Und zwar, ich zeige es euch mal ganz kurz. Der schlimmste Faker-Betrüger wurde gemeldet oder halt gesperrt wegen Belästigung und Cybermobbing. Ich habe jetzt auch schon eine Beschwerde eingelegt, habe mit meinem Netzwerk darüber gesprochen, weil wir sind im gleichen Netzwerk. Dementsprechend kann ich da vielleicht noch ein bisschen was regeln. Eigentlich möchte ich bloß einfach sagen, eine kleine Aufforderung an euch, das wäre auf jeden Fall ehrenhaft. Ich hatte ja in meinem Video, falls ihr es schon gesehen habt, bewiesen, dass PKTV offensichtlich einen Gewinnspielbetrug betreibt und auch noch andere Scammereien betreibt in Form von Kanäle verkaufen bzw. auch gebottete Kanäle verkaufen. Dementsprechend geht bitte auf seinen Kanal und meldet ihn wegen Betrug. Und ich weiß gar nicht, was da alles steht. Ich glaube, Spam und Betrug meldet ihn. Und ich glaube, wenn sehr, sehr viele Meldungen reinkommen, dann wird dieser Kanal, also bekommt er auf jeden Fall einen Strike, wäre auf jeden Fall sehr nice. Und wenn YouTube das ordentlich prüft, dann ist der Kanal hoffentlich bald weg. Wäre, denke ich, eine Erleichterung für uns alle. Und ja, das wäre meine Aufforderung. Kuss geht raus dafür. Und ja, das Problem ist jetzt, ich kann eine Woche kein Video, kein Livestream oder kein Post mehr hochladen. Das heißt, ich muss jetzt Videos vorproduzieren. Ist natürlich jetzt gerade eben blöd, aber nützt alles nichts. Vielleicht lässt sich noch irgendwas mit meinem Netzwerk machen. Aber ja, ich bin auf jeden Fall jetzt erstmal in Kontakt damit. Ich hoffe, ich kann das irgendwie noch bald regeln. Und dieser Strike läuft dann erst am 27. Dezember ab. Das heißt, so lange besitze ich noch einen Strike, ist natürlich nicht gerade sehr optimal. Aber scheiß drauf, ohne Witz. Also gerade PKTV, egal wie viel man ihm schaden kann, jeder Punkt zum Schaden tut einfach nur gut. In diesem Sinne, bitte meldet diesen Kanal und in diesem Sinne haut rein. Ciao. Kuss geht raus an euch.